Audio Test, Audio Test. Oh, Komplikdetails. Hüfte! Ah, willkommen zu Killing Floor, wo ich sogar mal mit Maus und Keyboard spielen muss. Und mal schauen, ob ich Maus empfinde ich grad. Ja, das werden wir schon sehen. Ob überhaupt noch, ich glaube, dieses Spiel wird noch gespielt. Ich glaube, es ist nicht so unbeliebt. Meine Maus ist ganz weg. Eigentlich habe ich sie mir nur leiser gestellt. Oh, in der Favoriten Internetspiele. Sonst muss ich mehr sehen, ich spiele noch lauter stellen. Nehmen wir mal zurück. Musik. Einstellungen, Audio, Musik. Okay, wir werden sie sehen. Wir werden sie sehen. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Ist hier jemand? Hey, wir haben Playlists. Oh boy. Oh, okay, okay. Kann ich nicht nach Schwierigkeit? Keine vollen Server. Du, dedizierte Schwierigkeit. Normal. Du. Mal sehen. Da, da. Eines von denen. Oh, was habe ich erwischt? Verdammt ist dieses Spiel alt. Verdammt weiß ich nicht mehr, wie man spielt. Und ich glaube, ich lade gerade eine Custom Map runter. Ja, 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 ja. Okay, okay. I am ready. Ich bin bereit. Puh, für ein bisschen Killing Floor. Ohne Musikhintergrund. Links. Ah, ich wollte mal in das Spiel reinschauen, schauen wie es läuft. Ich habe ca. 150 Spielstunden im Spiel sogar. Also ich sollte wissen, was ich tue. Ich habe damals ein Billig-PC gehabt. Mit nur einem Spiel. Mein erster Laptop. Laptop, das war kein PC. Und auf diesen Laptop habe ich damals Killing Floor gezockt. Das Spiel hat nicht viele große grafische Anforderungen. Und das ist nämlich das einzige, was gegangen ist. Und ja, ich habe ziemlich viel Zeit in Killing Floor reingesteckt. Ich habe mir eine Hintergrund-Playlist gemacht mit irgendeiner Musik. Vom Eminem bis zu Evanescence. Und habe dann mit der Hintergrundmusik einfach Killing Floor gechillt. Und so gespielt. Und verdammt dauert das lange gerade. Ah, sonst schneide ich diesen Teil raus und wir sehen uns in der Map drinnen dann. Ich bin alleine. Naja, was auch immer du gesagt hast. Wer ist der... Schrotflinden. Schrotflinden. Yes, 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 yes. Oh boy. Das sind höchste Grafikanstellungen. Wo ist die Messerdaste? Weiß ich noch, wie das Spiel gespielt wird? Verdammt, keine Ahnung. Oh, das Fleck, komischerweise. Puff, 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 puff. Ich hoffe, das ist Copyright-free. Aber die Musik ist doch ziemlich laut. Die haben deutsche Stimmen, unglaublich. So, das ist Sensitivity High. Wie gerade auf Normal wird es wahrscheinlich trotzdem nicht weit bringen. Ja, genau deswegen. Ja, genau deswegen. Genau deswegen werde ich es nicht weit bringen, weil ich nicht schon tot bin. Ich bin schon tot. Oh Gott. Ich muss mir die Lautstärke leiser stellen. Wenn ich etwas drücke. So, blazen. Noch mal West London. Das ist die typischste Map-Einstellungen. Okay, okay. Diesmal schaffen wir das. Okay. Okay. Audio. Ich brauche nur leisere Musik. Das einzige, was ich brauche. Leisere Effekte. Verdammt, war das laut. Und dann. Ah. Okay, okay. Was? Kann ich das Spiel starten? Danke, ich brauche keine Tipps. Ich bin natürlich ein Experte. Ich bin schon wieder bereit. Nicht von den kleinen Typen erwischen lassen. Da liegt noch mal irgendwo Loot immer rum. In der Map. Wie Waffen und Rüstung und solches Zeug. Und Moni. Oh, ich bin nicht mal alleine. Ach, sind es Dividier? Hätte ich runterstellen können. Und dann. Verdammt, warum? Da reißt es mein Bildschirm so. Seht ihr das? Ich krieg voll das Bildschirm für immer. Ach, da oben. Ich lade nach. Gib mir einen Augenblick. Ich lade nach. Ja, danke. Ich weiss. Nimm die Moni. Okay, doch. Ich glaube, ich muss mir bei der Grafik doch noch ein bisschen was umstellen. Wow. Überhaupt die Sensitivität. Wenn ich denn Zeit und Platz dafür habe. Endlich. Nicht mit dir. Nicht mit dir. Naja. 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 Die machen mir noch Schaden im Nachhinein. Okay. 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 Das ist das Schlaßwerkzeug. Hier. Das lernen natürlich. Das wird Teil sein. Zwei Leute noch. Ende ist in der Nähe. Schaue ich mal, dass ich mir meine Einstellung richtig einstelle in der Zwischenzeit. Audio. Spiel. Anzeige. Wir haben mal Kontrast. Was auch immer das heißt. Ist ja nichts weiteres. Geh. 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 Mir gefühlt die Stimme in Englisch besser. Warum habe ich den Deutsch runtergeladen? Ich habe da mediert. Hey. We are not alone. Wir sind nicht alleine. Sensitivity kann ich noch umdrehen. das gleiche ich glaube ich glaube er oder man ja endlich money w kurs selber heilen kurs selber heilen so einstellungen text und da ist da kann ich nichts machen wo ist sensitivität eingabe mausempfindigkeit und darunter runter runter macht was gut wie macht man gut so schütze aus macht mal frut leute entspannende musik die unsichtbaren genau die deckung low motion sorry das ist ein spiel ja weiß nicht ob man viel über dieses spiel sagen kann das ist schon ziemlich uralt aber die community lebt anscheinend die vor 2 läuft natürlich ein bisschen flüssiger das habe ich auch haufen besser gespielt auf der playstation unter auf pc auf der playstation war das mal gratis für einen monat ich mach den ihr kanal mal oh ja 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 die englischen stimmen sind besser können wir mal ob wir noch was finden was wird gemacht so auch so ein keyboard was habe ich schon direkt nicht mehr gespielt letztes mal habe ich call of duty mobile ja ich habe mobile mbc gespielt wie ein cheater das habe ich das letzte mal mit maus und keyboard gespielt sieben hier gern vielleicht werden sehen ja können wir schon kaufen aber erst da ein bisschen money auffüllen ich weiß gar nicht wie viele unten es sind nun mal angetestet offline hotel zwei sterne gleich eingezogen zwei sterne ist schon mächtig viel da kann man schon leben ist ein halbes leben ja ein bisschen killing for content wird kommen oh unsichtbare muss man wenn du nicht zensieren wird das schwierig wenn die großen kommen die wärstens flash bounce unsichtbare und wieder meine griecher flash bounce den deutschen namen der schafft er schon über selber heilen was gibt bei dir ab auch schon schreiender jeder klasse hat ja eine spezialrolle in diesem spiel Oh, ich wurde angespuckt. Und heilen kann zum Beispiel jeder. Der Medic hat spezielle Heilewürfen. Der Shotgun-Typ ist gegen die großen Bosse ziemlich gut. Der Ambrose-Typ ist ziemlich gut gegen die Motor-Sägen-Typen. Flutterpfähler. Okay, Shotgun. Ach, wir gehen noch einmal. Nur auffüllen und das wird schon passen. Vielleicht sollte ich mich selber heilen. Und dann lieber nach Muni suchen. Oder was auch immer hier liegt. Hey, ein SMG, Pool-Pub. Die kann ich auch irgendwie droppen. Die könnte ich vielleicht noch schnell verkaufen, aber zuerst Muni. Wir brauchen keine Pool-Pub. Ich mag die doppelläufige. Okay, okay. Wie verkaufe ich in diesem Spiel Waffen? Pool-Pub. Verkaufen? Nein, wie verkaufe ich die? Ah, wir verkaufen hier. Kampfschruttflinte. Oh, nein! Basta! Nein! Du hast mich beraubt. Ich hätte mehr haben können. Mehr Loot. Das ist mal ein verdammt großes Schießeisen! Oh, und wir kriegen die nächste Pool-Pub. Und wir die droppen irgendwie. Irgendwie tun wir Waffen auf Droppen. F ist zum Waffenwechsel. Da, falls die Muni zum Schluss nicht reicht. Ah! Ah, ich bin schreckhaft. Verdammt! Da, hör auf! Die sind echt ziemlich gut unsichtbar. Hör auf, mir die unsichtbar zu schicken. Haben wir keinen Heiler hier? Nein, hinter dir. Hier wird man Granaten. Okay. Granate. Ah, ja. Okay. Ich brauche Heilung. O-eh. Es gibt wirklich eine Waffe, Jungs. Pull-Pup hier. ob das wert weiß ich nicht gib mir einen augenblick ich lade nach wo ist die ich bin der medic oh nein nein typ den falschen gehält auch sorry typ anscheinend ist es zeit für die armach wo die armer ich weiß noch immer nicht wie ich geldtruppe kampfschrottflinte wird gekauft moni habe ich überall ziemlich wenig so wie kann ich geldtruppen jetzt wie kann ich geldtruppen mit der taste wird sein nein attack am spiel wie kann ich ich habe euch gutes zeug verkauft geht er ordentlich mit um fertig und es hätte ja auch gewicht dass man nicht zu viel gewicht und worfen mitnehmen kann hat sich keine körperwästung gekauft die dämoni vermisst dieser tipp holt ihr die munition alter du brauchst sie mehr als ich ein boss fight gibt es zum schluss auch noch das habe ich ganz vergessen zu sagen der tipp kommt mit dem hellen nicht nach anscheinend muss ich der medic queen sein geht doch er kriegt die unsichtbaren ab da ladet wer ziemlich viel nach und 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 anscheinend bin ich wieder der medic hier ja ein bisschen killing floor erfahrung habe ich ja 150 stunden ist nicht zu wenig eigentlich nein ein das wird so ein bisschen eng hier nach werden nicht wieder sterben ich nicht weg nicht weg nicht weg nicht weg nicht weg nachdem ihr sucht ja ich suche nach einer ray gun ray gun will ich haben das ist einfach nur das eigene licht hier drin dass mir die augen ein bisschen gilt ich wusste es doch wie kann ich was markieren ich wusste es doch wie kann ich was markieren hey jungs geld nimm es du verdammt hol dich ne rüstung du verrückter ja oh halter das ist nun mal nicht der beste spot zum stehen schauen wir mal wo der erste flashbound kommt oder motorstecken typ jetzt glaube ich schon gelend hf was auch immer du mir da mitsagen willst haltet still ah da drüben kommt was kein ganz großer die doppelläufige kommt mir ziemlich gut vor zum nachladen und schießen und die große kampflinte ist dann für den boss diesen hier diesen hier nachladen nachladen what wir hatten dann die granate geworfen ok normal schießt der armbrust typen dem zuerst einen schuss in den schädel und dann kommt der shotgun typ aber sie haben zu lange gebraucht das war zu nah an mir die granaten machen selbst schaden oh ich lade nach ich lade nach kann ich das ausstellen dass ich nachlade verdammt 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 ja oft zu sagen dass du nachladest aber okay halt die fresse halt die fresse halt die fresse stopp stopp warte auf warte auf das zu sagen nein komm schon da ich dachte es reicht es reicht das reicht hol dir deine Heilung kleiner oh, nicht weg du rennst doch nicht weg von mir dann brauchen wir eine Sondereinladung zum heilen immer schön alles heilen immer schöner alles heilen ich weiß gar nicht wie teuer das Spiel ist sonst drücke ich hier nichts dann viel Geld okay, okay ich will Voice Commands ausstellen Nachrichten Piepton, niedrige Soundqualität Voice Chair Tippeinstellungen Audioeinrichtung wichtige Nachrichten wenige Nachrichten probieren wir das macht's gut warum hört ich da so was dickes hinter mir oh boy Team 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 ich war noch nicht mal ganz bereit und das Bounden Flash Bound hinter mir krass krass das schaut mir gefährlich aus hier ist schon der nächste große hey, da ist der Ambrustyp gute Arbeit mein Ziel war miserabelt ich darf die Waffe nicht benutzen für die Kleinen wo ist die doppelläufige jetzt da genau da am Brustyp soll die Kretensägen-Typen ausschalten ah daneben und daneben ganz vergessen wie lange diese Spielsessions dauern es wird ja fast eine Stunde werden aber ich glaube ich werde immer wieder ein bisschen ein bisschen Kill-In-For-Spielen deutschland-englisch ein bisschen einfach das Spiel anzocken da es ja Bock macht ich schätze, dass die diese Seite unter Kontrolle haben oh, da drüben steht hier anscheinend bin ich der Medic ach komm, heil dich doch Ambrustyp ist gut, der macht gute Arbeit alter heil dich verdammter Psychopath hey, der Ambrustyp macht gute Arbeit unglaublich, dass man sowas noch erleben darf na, ein Brustyp, der sich auskennt das war ein panisch Schuss panisch Schuss da wieder ein Ketten-Sick-Typ schau, schau, schau Steve Johnny macht auch gute Arbeit oder war das der Ambrustyp, der den weggetan hat ok, ich will wieder heilen anscheinend bin ich auch der Medic mit Messer läuft man schneller die Leute glitschen in mich hinein von der Grafik schaut dieses Spiel halt nicht top aus aber es hat was cool Apokalyptisches was dreckiges halt verdammt wird die Tür vor mir zugemacht kein Geld diese Runde Schlawiner der Schlawiner gibt's ja gar nicht und ich heile euch auch dann hat da keiner eine Rüstung an ich sehe schon, ich brauche ein Schweißband damit ich dieses Spiel spüre boah, die Lichter flackern mal schauen, ob ich das besser einstellen kann ich weiß nicht, ob es Grafikmods für dieses Spiel gibt das arbeitet ja ziemlich viel über den Steam Workshop ach, der Typ ist gut ist voll krank gut er hat noch immer keine Rüstung verdammt anscheinend hat er sich entschieden dass wir im Tummel jetzt campen ist eigentlich hier nochmal eine gute Entscheidung muss nur raus aus dem flackern Licht gute Arbeit kann ich chillen, eine Runde kann ich chillen mit einem SMG ist es nochmal für den kleinen Viehzeug zuständig ich habe gewundert, von was ich attackiert worden bin ok, da ist das restliche Team unsichtbare, wegschauen bevor wir zu viele Töpfe sehen und über Doppelpistols Nutzlos ein Scherz, ein Scherz diese Runde brauche ich gar nicht viel tun und die anderen mal Geld sammeln lassen die Scherz auf dieser Seite aus B.O.B. ganz sicher der Rapper muss er sein sonst würde niemand diesen Namen wählen braucht ihr Leben ab ab, jetzt kommt es wieder glaube ich doch schon Moni bereit für mich und da und ich liebe diese Doppelflinter keine Moni für mich nur der Tunnel des Augengräbs das ist nicht das wahre und mein Ziel mit der Doppelflinter auch nicht der Boss wird noch interessant ich habe nicht gesehen Custom Maps gibt es auch haufenweise in diesem Spiel und ich glaube wenn ich mir wirklich so viel Zeit lasse werde ich einfach versuchen jede Map einmal durchzuspielen hol dir die Moni du hast sie dir verdient ich hoffe ich sehe dich wieder ein guter Typ der weiß wie man an Brust spielt Südborn Selten ich werde mich selber heilen mir passt mein Lowdod schon theoretisch könnte ich noch eine andere Waffe ausprobieren aber Neon HGS HGS könnte ich ausprobieren Kampfschrub hinter ich kann sie nicht ausprobieren was zum Teufel nein ich kann sie nicht ausprobieren ok dann halt nicht kein Geld habe ich gesagt diesmal hol dir die Moni da drüben ok B.O.B. holen wir uns ein Airplane und da fahren wir ab Slow Mo Uuuu dann werden wir B.O.B. und sieh mir hier in Rückendeckung oh Flashbound oh das Team ist bereit zum Feuern ich glaube Team ich bin der Tank das ist meine Arbeit oh doch nein warum funktioniert meine Tastatur nicht mehr fuck ich habe unabsichtlich Z-Taste gedrückt ich bin mir nur selbst 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 uuuu ok stecken wir uns mal eine Runde die Kampfschrubbwinde braucht ihr wirklich bis zum Nachladen will ich nur Granaten werfen und treffe die Jet-Taste das war es fast mit mir hinter dir irgendwie hat die Kampfschrubbwinde viel zu wenig Munition für mich uuuu ich werde nur nach deswegen zurück zu meiner Lieblingswaffe die Dampter Tunnel gibt mir Augenkrebs raus hier so außen ist viel schöner das plackende Licht da drinnen das stört nur alles oás aah aah neksportier alter mhm 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 rwaka You're welcome Alles klar, see you again Was mit deinem Schild passiert Ich muss ihm Inmusik Rückendeckung geben Der ist der wichtigste Typ hier Verdammter Kriecher Messer laufen Gott, damit Stefan Du haltest uns ein bisschen zu sehr zurück Du kriegst gleich ein Gelddrop Du musst aufpassen, dass ich nicht die Jet-Taste drücke Stattgranaten Weil das anscheinend ein Ding ist Ja, Geld Hol dir den Geldreden, Hol dir den Geldreden, Gute Okay, der P.O.P. hat alles bekommen Nicht für Stefan Du weißt, dass Stefan das Geld braucht Okay, gehen wir zum Typen, der sich auskennt In den Tunnel des Augenkrebses Und ich hab schon Rüstung verloren Oh, das ist der typische Camp-Tunnel Oh, Katana am Boden Nein Verdammt, ich kriege Augenkrebs, wenn ich da stehe Weiter nach vorne Dann geht's Halten wir die erste Stellung Verdammt, da kriege ich Augenkrebs, wenn ich nach hinten beschale Oh, großer Tipp Hast nicht getroffen Letzter Gute Arbeit Gute Arbeit Verdammt, stolz Oh, boy Verdammt, diese Waffe braucht so viel zum Nachladen Das war's mit dem Tunnel Juppie ist tot Nur noch ich und Simi again Und der Typ hat auch nicht mehr viel Leben Nur noch ich Okay Cool, cool, cool Ich schätze, ich laufe Runden jetzt Oh, boy Nachladen Fuck Fuck, fuck Was ist jetzt wieder los? Fuck, bin ich wieder in der Chat-Taste Ich bin ein Idiot Wie komme ich dir dabei? Erstmal auf die Chat-Taste Wow Ja Wenn ich ein bisschen mehr Routine hätte, wäre das leichter hier Ein bisschen Routine fehlt mir Wo ist der andere Schrottwinte? Wenn wir es hier abcampen Verdammt, da kommt wieder wer von oben Schaut euch den an Schaut euch den an Ihr wollt es genau wissen Oh, ey Wetter Okay, wird der Schuss Das Problem ist, dass man da hingehängt Wird leicht Deswegen muss man Zeit runterlaufen Oh, je Oh, je Deswegen braucht man eine Shotgun zum Klatschen Deswegen braucht man eine Shotgun Habe ich die Moni bekommen? Nein, habe ich nicht Verdammt, fühlen sich Bahn Verdammt, fühlen sich Bahn Ah, Screamer Ist das ein Flashbound? Verdammt Das war's mit mir Das war's mit mir Das war's mit mir Das war's mit mir Ah, der Flashbound kommt auf die Ecke Ah 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 Isstart Isstart Ah Ah Was ist das? Ah